Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich. Ich werde immer dem einen oder anderen mal den Rücken zudrehen, aber mich auch umdrehen. Insofern haben wir in dieser Open Space Veranstaltung sicherlich noch unterschiedliche Möglichkeiten, heute miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und mich vor allen Dingen vorerst bedanken, schon mal bei unseren Kommissionsmitgliedern. Sie sind heute bei einer Einladung der CDU, falls sich jemand vertan hätte, bei den Christdemokraten und wir haben uns entschieden, ein neues Format Ihnen heute anzubieten, dazu nachher noch mehr. Ich begrüße als allererstes unsere Kommissionsmitglieder, aber auch alle Gäste und wir haben bunte Anmeldungen, die teilweise schon mal im Adenauerhaus waren, aber einige, die noch nie da sind und ich möchte mich deshalb auch bedanken, dass Sie Spaß daran haben, mit uns ein neues Format auch zu belegen. Wir haben unterschiedliche Gruppierungen, die heute vertreten sind. Ich will es einfach nur mal kurz erwähnen, Regina Görner, IG Metall Vorstand, dann Hubertus Primus vom Vorstand Stiftung Warentest ist bei uns, dann haben wir von Verbraucherschutzzentrale Berlin, dann haben wir Minister heute bei uns, wir haben die Landjugend bei uns, wir haben den Familienbund der Katholiken bei uns, wir haben den Bundesverband Garten und Landschaftsbau, wir haben unterschiedlichste Felder, wo wir sagen können oder glauben zu sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit und Lebensqualität dort eine Rolle spielt. Wir haben Gäste aus fast allen Bundesländern bei uns heute und ich freue mich natürlich auch, dass aus Rheinland-Pfalz, wo ich herkomme, einige Gäste da sind und natürlich unterschiedlichste Sichtweisen heute mit einbringen werden. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, was diese Kommission nachhaltig leben, Lebensqualität bewahren, was diese Kommission vorhat. Der Bundesvorstand der CDU hat beschlossen, dass wir drei Kommissionen einsetzen möchten, beziehungsweise wir haben sie eingesetzt, aber dass drei Kommissionen ihre Arbeit aufnehmen mit drei unterschiedlichen Schwerpunkten. Zum einen unsere Kommission nachhaltig leben, Lebensqualität bewahren. Ich darf diese Kommission leiten und die Stellvertreter sind einmal die Katharina Reiche, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium und zum anderen Andreas Jung. Er hat etwas Verspätung, eine nachhaltige Verspätung mit einem Flieger von zweieinhalb Stunden, aber er wird gleich da sein. Und Andreas Jung, auch Bundestagsabgeordneter, ist Vorsitzender des Parlamentarischen Beirates Nachhaltigkeit des Deutschen Bundestages. Das ist die eine Kommission, wir nennen sie Nachhaltigkeitskommission. Es gibt eine zweite Kommission, die wird geleitet von Thomas Strobl, er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU und er leitet die Arbeitsgruppe Arbeit der Zukunft, Zukunft der Arbeit und dann Armin Laschet, Zusammenhalt stärken, Zukunft der Bürgergesellschaft gestalten. Wir sind natürlich der Meinung, dass die Nachhaltigkeitskommission sicherlich die spannendste sein wird, zumindest starten wir mit dieser Veranstaltung heute. Die Ergebnisse unserer Kommissionsarbeiten, die fließen ein in einen Leitantrag, damit sie auch wissen, was mit den Ideen geschieht. Die fließen ein in einen Leitantrag im kommenden Jahr zum Bundesparteitag und das ist natürlich auch ein Auftakt hin zur programmatischen Standortbestimmung im Vorfeld der nächsten Bundestagswahl. Und Ziel des heutigen Abends wird es sein, sehr geehrte Damen und Herren, Themen und auch Fragestellungen zu sammeln, mit denen sich die Kommission in den kommenden Monaten beschäftigen sollte, aus ihrer Sicht. Jetzt werden Sie sich sicherlich fragen, wieso macht man das denn jetzt so bei der CDU? Haben die denn eigene Vorstellungen nicht mehr in der Schublade? Eigene Vorstellungen haben wir in der Tat, aber es gibt vieles, was schon mal gedacht worden ist, aber vieles, was noch nicht den Eingang vielleicht gefunden hat, um es noch ein bisschen konkreter zu machen. Auch im Namen unserer Bundesvorsitzenden darf ich Sie herzlich einladen, nämlich im Namen von Angela Merkel, hier bei uns mitzuarbeiten. Es war Ihre Idee auch, sich mit dem Thema gutes Leben und gut Leben zu beschäftigen. Und während wir uns richtigerweise natürlich mit den ökonomischen Grundlagen beschäftigen, mit innerer Sicherheit, mit Außenpolitik, spielt das Leben in den verschiedensten Facetten unseres Alltagslebens eine ganz große Rolle. Und es gibt nicht das Einheitsleben, sondern was beschäftigt unsere Bürgerinnen und Bürger in ihren Familien. Das hat meist etwas damit zu tun, in welchen Phase man sich befindet oder ob man im ländlichen Raum sich befindet, ob man intensiv sich um die Pflege der Familie, der Eltern kümmert oder ob man sich sogar mal die Frage stellt, spielt Homöopathie eine Rolle für uns? Vorher vielleicht undenkbar für das Klientel der CDU, aber sich zu öffnen, was Lebenswirklichkeit anbelangt, das ist etwas, womit wir uns auch beschäftigen wollen. Ich sehe Sie jetzt bisher noch nicht mit einem Apfel in der Hand. Ein Apfel wurde Ihnen aber angeboten, oder haben Sie ihn schon? Glaubt schon noch nicht? Wo sind die Äpfel? Da vorne. Sehen Sie, das ist, die werden wir dann noch nachhaltig sicherlich verteilen. Wir haben den Apfel natürlich als Symbol, jetzt nicht alttestamentarisch genommen, sondern als, naja, ich wollte mal schauen, auf welches Wissen ich zurückgreifen kann bei Ihnen, funktioniert noch. Wir haben den Apfel als Sinnbild natürlich genommen, zum einen hoffen wir, dass er Ihnen Energie für heute Abend gibt, aber wir möchten auch anhand dieser Sorte oder der verschiedenen Sorten deutlich machen, es gibt unterschiedliche Angebote, die in den Regalen liegen, die aus verschiedenen Regionen unseres Landes kommen und leider sind nicht alle Produkte in den Supermärkten aus unseren Regionen, sondern die haben einen weiten Weg hinter sich, leider in Anführungsstriche, sage ich, weil es immer dann interessant wird, den ökologischen Fußabdruck dann wirklich zu errechnen. Das werden wir heute Abend nicht machen, aber uns geht es auch darum, dass wir einen Blick für das haben, was auch bei uns vor Ort passiert und welche Vielfältigkeiten es auch bei uns gibt. Wenn wir uns die Sortenvielfalten ansehen, die zum Beispiel bedroht sind, was in den Läden landet und wo es herkommt, dann sind wir mittendrin im Thema Nachhaltigkeit. Die Welt in ihrer Vielfalt für uns, die Kinder und die Enkel zu erhalten, das wird eine Fragestellung sicherlich sein, bei der Produktion und beim Transport in die Läden auf Nachhaltigkeit zu achten. Das sind Themen, die uns auch genannt worden sind. Wir laden regelmäßig auch unsere Mitglieder ein, sich zu äußern, Ideen uns zukommen zu lassen und dann wurde uns auch genannt, wir wollen gesunde Produkte, egal aus welchem Teil der Welt sie kommen, sie sollen gesund sein. Oder die Arbeiter und Lieferanten müssen von ihrer Arbeit angemessen leben können. Oder bezahlbar für die Konsumenten müssen die Produkte dennoch sein. Das sind Wünsche von Bürgern, die man nicht einfach zuordnen kann, das ist jetzt ein Grünen-Klientel, ein SPD-Klientel, ein CDU-Klientel, sondern das sind die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land und die möchten wir aufnehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, nähern wir uns der Quadratur des Kreises als CDU und auch mit Ihnen heute Abend hier. Klar ist, die Politik muss Lösungen finden, die den Anforderungen gerecht werden, aber die Menschen haben Recht, wenn sie in der heutigen Zeit von Entgrenzung, Globalisierung, Digitalisierung zunehmend ein nachhaltiges Leben wollen für sich, aber auch für die gesamte Gesellschaft in Deutschland, in Europa und mitunter natürlich weltweit. Uns geht es darum um die Vereinbarkeit von Umwelt, von Ökologie, Naturschutz, Energiewende, aber nicht nur im Sinne des Abschaltens von Kernkraftwerken, sondern es geht auch um den persönlichen Lebensstil und Lebensqualität. Das ist das, was immer öfter an uns herangetragen wird und übrigens nicht nur aus Städten, sondern auch aus dem ländlichen Raum. Und die CDU, und das unterscheidet uns übrigens von den Grünen, wir sind nicht der Meinung, dass wir alles besser wissen als alle anderen und deshalb entscheiden müssten immer mehr zentralisiert, was die Bürger zu sich nehmen sollten, was sie kaufen oder konsumieren sollten. Wir sind der Meinung, dass wir die Rahmenbedingungen ermöglichen müssen, um nachhaltiges Leben überhaupt gestalten zu können. Das ist der Auftrag unserer Kommission und in diese Kommission wurden übrigens erfahrene Politiker berufen. Es wurden Bürgermeister von Städten und Landgemeinden mit interessanten Projekten berufen. Übrigens auch Bürgermeister, die gezeigt haben vor Ort, was Nachhaltigkeit, ohne jetzt groß eine theoretische Definition vorher zu haben, sondern mit einem praktischen Herangehen, was Nachhaltigkeit vor Ort heißt. Wir haben Unternehmer, Umweltexperten in unserer Kommission. Wir haben übrigens auch Anwälte, die sich mit dem Datenschutz beschäftigen, haben wir in unserer Kommission, denn das ist auch eine Frage der Lebensqualität. Was geschieht mit meinen Daten? Also Sie sehen, es ist ein weites Feld. Am 1. September fand die konstituierende Sitzung statt und viele Mitglieder haben sich dort zum ersten Mal gesehen. Wir haben die Kommission auch anders zusammengesetzt, als das üblich ist bei der CDU in Kommission. Normalerweise benennt jeder Landesverband Kommissionsmitglieder, zwei Kommissionsmitglieder. Das geht manchmal auch so, dass man überlegt, wer hat jetzt noch keinen Posten? Dann kommt der in eine Kommission oder sie in eine Kommission. Da haben wir gesagt, wir machen das diesmal anders. Und insofern haben wir eine bunt gemischte Kommission beieinander. Lassen Sie mich zum Schluss noch einige Worte sagen, damit es vielleicht ein bisschen konkreter wird. Kleidung, PCs, Smartphones, viele Produkte aus unserem Alltag, die sollen schick, die sollen praktikabel sein, möglichst günstig, aber sie sollen unter menschenwürdigen und umweltschonenden Bedingungen hergestellt werden oder auch geliefert werden. Und Konsum hat dann, je nach Tagesverfassung, an der einen oder anderen Stelle dann auch geäußert, eine, ich nenne es in Anführungsstriche, moralische Seite. Immer mehr Menschen greifen unsicher zum T-Shirt und die Frage ist, mit schlechtem Gewissen oder gutem Gewissen. Wenn Bilder aus Bangladesch die Runde machen, hat das Auswirkungen auf uns, aufs Konsumentenverhalten. Und insofern ist es sicherlich interessant, über ein Textillabel, so wie es unser Bundesentwicklungsminister vorgeschlagen hat, zumindest darüber nachzudenken. Es gibt verschiedene Aspekte, sei es auch bei der Entwicklung der Finanzmärkte, bei Dienstleistungen. Es geht darum, sich selbst darüber bewusst zu werden, was ein guter Lebensstil sein könnte, aber keine Reglementierungen verboten, sondern das bewusst machen, was Lebensqualität ausmacht und das wird sicherlich nicht nur das Einkommen sein. Und jetzt zum Veranstaltungsformat. Alles ist möglich, alles ist drin. Wir haben Vorstellungen, die wir, die ich Ihnen kurz angerissen habe, aber wir möchten heute in der Open Space Veranstaltung wirklich ihren Gedanken freien Raum lassen. Wie das nachher genau laufen wird, das wird Andreas Jung dann auch erläutern und Katharina Reiche wird nachher auch den Part noch der Diskussion übernehmen und ich darf kurz erläutern noch, wer unseren Impulsvortrag heute halten wird. Er selbst war erstaunt, dass er die Einladung von der CDU bekommen hat. Ich habe gemeint, es gibt schon noch eine Chance, dass auch er noch CDU-Wähler werden kann. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Professor Dr. Harald Welser heute den einleitenden Vortrag übernehmen wird und auch diese Gewissheiten stimmen nicht mehr, dass Sie heute von der CDU eingeladen werden. Das hat Sie überrascht, aber die Gewissheit ist die, das ist bei uns eigentlich immer ganz schön. Und Sie treffen auf kluge Leute und wir wissen, dass Sie ein kluger Impulsgeber sind, denn Sie gelten als einer der wichtigsten Vordenker nachhaltiger Lebens- und Wirtschaftsformen. Sie sind Kritiker von linearen Wachstumstheorien und einem Hyperkonsum und insofern stellen wir uns heute ein auf Widerspruch, auf Anregungen, nachher auch in den Diskussionsrunden. Und Ihr Buchtitel Selbstdenken – Anleitungen zum Widerstand hat Furore gemacht. Und alles, was Furore macht, lässt uns zumindest anders herum denken, als man es zuvor getan hat. Professor Welser leitet übrigens auch die Stiftung Futur II, die seit 2012 alternative nachhaltige Lebensstile dokumentiert. Und ganz grundsätzlich gefällt mir an dieser Initiative, dass sie ein Stück Verantwortung auch übrigens von der Politik wegnimmt und den Einzelnen mit reinholt und mit dazu holt. Denn Politikern zu sagen, macht ihr mal. Und dass man unterteilt in Sonntagsreden und Montagstun. Und dass das unterschiedlich ist, das ist sicherlich zu einfach. Und es geht darum, dass wir in die Reflexion jeden Einzelnen auch mit reinnehmen. Lieber Herr Professor Welser, es wird spannend sein. Wir wissen nicht, was Sie sagen. Und er auch noch nicht bisher. Und daran liegt natürlich auch eine gewisse Lebensqualität, immer wieder gespannt zu sein und gespannt zu bleiben. Ich freue mich, dass Sie heute alle bei uns sind. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir sind selbst auch gespannt. Und ich denke, es ist ein guter Start und ein guter Anfang. Und wir werden uns nachher noch ein bisschen näher kennenlernen. Sie werden auch noch einige vorgestellt bekommen. Und jetzt freue ich mich wirklich auf den Impuls von Herrn Professor Welser. Seien Sie uns herzlich willkommen bei der CDU Deutschlands. Applaus 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 Vielen Dank.